So, da sind wir wieder bei Minecraft-Mark, mit dem Mark Dado, und dem Mark-Zombie, äh, Mark-Ombie. Töt ihn! What the fuck! Ich hab ihn getötet. Ja, ich will das Yeti-Fell haben! Nein, gib mir das, ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet. Der Hund, Vorsicht, da kommt noch einer! Hör mir das bitte, ich hab ihn getötet. Was soll denn das? Ist das nicht sein Ernst? Er kann nicht einfach ein Haus bauen, bei mir, wo es nicht rumgeht. Und dann, was macht er, was hat er hier noch gemacht? Was hat er hier noch gemacht? Ja, ein Atomreaktor, oder? Er hat einfach einen kleinen Atomreaktor gebaut. Das ist natürlich, äh, skandalös. Oh, Alter, was hab ich denn jetzt hier? Back in the game. Weil ich verstehe das sonst noch alles gar nicht hier. Guck mal, weil es hier einfach ein Wohnzimmer, und im Wohnzimmer hat er ein Wasserkraftwerk, und daneben ein Atomkraftwerk. Was ist das für ein Mensch? Und dann hat er einen Crystal Chest daneben. Oh, da ist noch ein Yeti. Ganz viele Yetis! Oh Gott! Oh, das ist... What the? What the? Der hab mich hochgehoben! Oh Gott! Ah, Lauf, Revy! Lauf! Kev! Der hat mich hochgehoben! Oh Gott, okay, Kev, wir müssen jetzt geplant. Stopp, stopp, Kev! Wow, Papayeti kommt! Lauf! Lauf, Papayeti! Da vorne ist Papayeti! Kev, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg! Da, guck dir den Großen an, da vorne! Ja, er sieht uns! Guck mal, er kommt! Er macht alles kaputt, Revy! Ich schieße ihn tot, ich schieße ihn tot! Guck, wie viel Helf hat er noch! Er friert alles ein! Ist er tot? Oh, der hat 180 Leben! Ich hab Angst! Oh! Revy! Kev! Er sitzt! Ich weiß gar nicht, wie ich Damage machen soll! Ich schlag doch schon! Der kriegt doch kein Damage, Hilfe! Ah! Alter! Vielleicht kann ich ihn scannen! Alpha Yeti! Drei, äh, mach du! Schauen dann! Drei, also ich auch einen... Oh, fuck! Wah! Ich hab ihn nur weggeportet! Alter! Gibt es hier irgendwie eine Höchstanzahl an Blöcken, die so ein Strom laufen kann? Nee, du kennst dich ja nicht... Ah, Creeper! Nee! Yo, der Reaktor wurde zerstört vom Creeper! Was? Geh da! Dann denk ich, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja! Aber es gab keine Explosion, oder? Nö! Alter, ja, dann müssen wir jetzt mit Dings da weiterarbeiten halt, ne? Was hast du... Oh! Was ist das? What? Der wirft auf mich! Das ist ein scheiß Eis! Oh Gott! Ich sterbe! Ich auch! What the holy crap, Alter! Der macht uns fertig, Revy, ne? Hilfe! Die schmeißen einen umher! Ja, ich sag das doch! Oh! Hans Wassertrottel! Oh Gott, Alter, das ist nicht gesund, was wir hier machen. Das ist nicht gesund, was wir hier tun. Hör doch auf, alles zu schlagen, Kev! Der Wald ist unser Freund! Wir haben übelst viel Leder! Ja, sagen die, die Atomreaktoren bauen hier. Warte, ich weiß, wie wir das machen. Komm, Revy, wir gehen da jetzt hoch. Mit dem Jetpack? Ja, Mann. Okay. Das ist die... Alter, das ist die Festung unseres Lebens! Pinguine! Haha! Revy! Ist das geil! Was ist das denn? Ist das geil! Was ist das denn? Hast du das nicht gesehen? Das meine ich doch, das ist eine Festung, das ist ein Dungeon. Lass da rein, Revy! Das sieht so schön aus, Junge! Er ist der Beste! Guck dir den Zombie an! Ich hab... Oh, 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 oh! Ja, ich seh'n? Lol! Wer war das? Wir werden's gleich erfahren. So, Zombie, was hast du heute so gemacht? Da ist nichts passiert. Ach, Mann, immer diese Lügner. Oh, du warst ein falsches Erz? Ich weiß nicht, was ich abbauen soll. Ah, Gott, Skelette, Krieg! Krieg! Die Russen kommen, die Russen! Nichts gegen Russen, by the way, aber... Sagt man so, ja. Bei Werner und so. Oh, da ist ein Herr Heiligenschein! Clip on, Heldo! Geil! Moment! Oh, yeah! Oh, ich seh'nix mehr! Ich seh'nix mehr! Oh, ich hab'n Schweine auf'm Kopf! Hilfe, Hilfe! Naja. Nein! Aua, 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 aua! Aua, wir werden angegriffen von seinen Freunden! Nein, ich bin schon weg! Da bin ich schon wieder direkt weg, so. Schnell mal ein schönes, leckeres Stück Fleisch essen. Kann man da unten rein? Und da ist ne Fledermaus, Fledermaus, guck mal her, und spinnen wie ihm. Ja, geil! Perfekt, und nen Ofen. Oh! Ein Schatz! Wir haben einen Schatz gefunden! Julio! Aurora Block? Aurora Block, kann man den abbauen? Ich baue den mal ab. Wow! Was ist... What the fuck? Aber man kann die abbauen! Da kommt was! Aber der ist schwach, der ist schwach. Ich hab' immer noch nen scheiß Slowness-Effekt, Kev. Ich auch, aber... Alter, Dungeon, wir kommen! War das jetzt von diesen Blöcken was mit? Die sind ziemlich schön. Ja, ja, das ist am Ende. Oh! Okay. Warte, warte, warte. Oh, zwei! Hö! Das ist ein Kleinschnein! Die explodieren! What the... What the holy crap, Alter! Die explodiert und macht alles zu Glas! Was war das? Hier geht's weiter. Okay, alles klar, nice. Oh, der ist ja... Oh Gott, über die, über die, über die! Oh, der ist ja... Alles cool. Ich kann sagen, der ist ganz schön billig. Warum hat er richtig Damage gedrückt, Alter? Ja, komm! Oh, man kommt richtig schwer dran! Zwei Herzen nur noch. Oh! Oh, shit! Ich muss runter! Oh, von unten! Help me, help me, help me! Von unten! Wo bist du? Ah! Deal with it! Warte, der darf nicht sterben. Also, er doch. Aber... Nein! Ach, Mann. Oh, wir haben fast einen Markt befreit. Schnell, wir müssen... ...das wieder zubauen. Mit Erde. Hast du Erde? Ich hab Erde. Nicht so viel. Aber gut, wir haben ja auch nur einen String. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich auch keine Walletcraft... Achtung, Creeper, vor unserem Haus! Tür weg! Cool! Ja, vielleicht will ich hier draußen ein bisschen ausgeleuchtet haben. Ich brauch sowas. Ich will so eine Puppe haben. So, und ich brauch jetzt noch mehr Mutantes. Was ist passiert? Server closed! Server closed! Server closed! Okay. Aber wir sind noch am Ende der Folge angekommen, denn wir nehmen schon wieder 19 Minuten auf. Okay. Oh, Mann! Ja, das war ein ziemlich abruptes Ende dieser heutigen Folge. Falls es euch trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben oder symbolisch mit einem Daumen nach oben bedeuten lassen, heißen, tun. Ne? Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020